Wir sind glücklich über den Sieg, dass es am Schluss noch geklappt hat. Wir haben sicher keine gute erste Halbzeit gespielt. Wir waren zu wenig zielstrebig. Der Gegner war gut und hat uns die eine oder andere Schwierigkeit gebracht. Nichtsdestotrotz sind wir froh, ob man am Schluss die drei Punkte mitnehmen kann. Es gab gar keine Harmonie in der Mannschaft in der ersten Halbzeit, warum Ihrer Meinung nach war es so? Ja, das ist jetzt natürlich schwierig, da unmittelbar nach dem Spiel das herauszufinden. Der Gegner hat, muss man auch sagen, natürlich gut gespielt. Die haben das gut gemacht und wir haben keinen Fluss reingekriegt und dementsprechend werde ich jetzt das Spiel nochmals anschauen und dann vielleicht ein bisschen mehr wissen. Wie wir sehen uns, wie wir sehen uns. Es ist schwierig, nach dem Gespräch zu können, dass ich eine Dinge wie das. Aber ich muss noch ein paar Mal zurückgehen, dass ich es gut gemacht habe. Wir haben es gut gemacht, wir haben es gut gemacht. Wir haben es gut gemacht, wir haben es gut gemacht. Das ist so, dass es ein Problem geben wird. Wir haben keine Ahnung, dass wir uns sehen, dass wir uns in der Tat eine richtiges Meinung finden finden. Aber ich bin in der Tat und habe mich auf die Zeit gewonnen. Ich bin sicher, dass ich die Zeit gewonnen habe. Ich bin sicher, dass ich die Situation in der Tat nicht verlebt habe. Er hat als Stürmer gespielt, obwohl er kein Stürmer ist. Als sie Taou dann rausgeholt haben, haben sie dann mit Tahir auf die Position 9 gespielt. Braucht der Aheli einen Stürmer immer noch im Winter? Ja, das ist aktuell noch zu weit weg. Tahir ist ja auch ein Stürmer. Als wir hier angefangen haben, hat er auch in dieser Position gespielt. Er ist ein Aussenstürmer. Er hatte auch eine Kopfballchanse, die vorher Kurzelhain berührt hat. Es wäre auch möglich gewesen, dass er in der ersten Halbzeit ein Tor hätte schiessen können. Also ich sehe das nicht so. Und wir sind flexibel. Und dementsprechend werden wir das anschauen. Und wenn es dann nötig sein wird, dann werden wir die Entscheidung treffen. Ich habe nicht mehr über das Thema vorgelegt. Aber die Taou war über die Harte. Und ich habe die Harte gewonnen, seit ich habe vor Jahren, hat er angefangen hat, hat er mit mir zu verabschieden. Er hat er mit mir gemacht. Er hat er mit mir gemacht. Und ich weiß, das war es. Ich weiß nicht, dass er in den Märkten ist. Wir haben uns eine Mrohne. Mrohne bedeutet, dass wir die wir in den Schatten sehen, was wir brauchen, wenn wir brauchen, wenn wir brauchen, dann müssen wir machen. Ich habe die Möglichkeit, die ich in den Zyklen. Ich habe die Beziehung auf die Verkaufung auf die Verkaufung. Ich habe die Verkaufung. Ich habe die Verkaufung. Ich habe die Verkaufung. Ich habe die Verkaufung. Glauben Sie das Problem mit dem Stürmer-Problem bei Ali lösen, besonders dass die Ali-Fans bis jetzt nichts von ihm gesehen haben, dass es Vertrauen gibt? Glauben Sie mit der Zeit, dass er wirklich diese Rolle spielen kann? Ja, es ist wichtig, ich habe das schon mal gesagt, dass er natürlich Rhythmus hat. Diese Woche sind wirklich drei Spiele und er hat beim letzten, wo er gespielt hat, da war schon mehr zu sehen, er hat mehr versucht, hat sich da auch mehr reingehängt und ich wollte ihm heute eine Pause geben, weil das eben auch sehr intensiv ist, dass da nichts passiert und dass wir das aufbauen können und ich denke schon, dass er den Stürmer braucht natürlich auch immer Tore, damit er selbstvertrauen kann und da ist er dran und ja, wir hoffen, dass das dann auch in den nächsten Spielen klappen kann. Wie gesagt, Modest war ein Rhythmus, ein Rhythmus und ein Rhythmus und ein Rhythmus. Nicht ein Rhythmus, sondern ein Rhythmus. Er hat angefangen, dass er mit dem Rhythmus nach dem Rhythmus nach dem Rhythmus nach dem Rhythmus und nach dem Rhythmus nach dem Rhythmus nach dem Rhythmus nach dem Rhythmus nachdem er sich begann. Allmatt ist der saying, dass ich ein Rhym elections bin, was erHisricht hier ist, von dem Rhythmus nachdem 這一 Ich habe gesagt, dass ich etwas mehr an den Tag hierher bin, um es zu verbringen, 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 um es zu verbringen. Und dann gehen wir uns weiter. Was war der Fall? Nächste Frage. Wie werden wir für die drei Punkte? Al-Ali hat dann vor sich die FIFA Day oder die internationale Pause. Hat Al-Ali dann vor, eine Ferie zu geben, also freizugeben für die Spieler? Oder will er dann Freundschaftsspiele spielen in dieser Zeit? Jetzt werden wir alleine spielen. Ja. Wir haben jetzt am Samstag noch ein Spiel. Werden wir das Programm bekannt geben. Aber wir haben meistens in der Länderspielpause nicht noch zusätzliche Spiele gemacht, weil wir genug Spiele haben. Von daher wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass wir da Testspielen. Wir haben noch nicht so ein Spiel. Wir haben noch niemals zu Ende. Wir werden uns über die Zeit verabschieden. Und wir haben auch eine Verabschiedung. Vielen Dank für's Zuschauen.